Herzlich Willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Heute gibt es noch wieder eine weitere Ausgabe der Hertha BSC News. Und zwar geht es heute einmal mal wieder um neue Transfer-News rund um Hertha BSC. Und ich werde nochmal einen kleinen Ausblick auf das Spiel Hertha gegen Stuttgart werfen, welches ja heute am Sonntag um 7.30 Uhr stattfindet. Ich werde heute im Stadion sein. Das heißt, heute gibt es kein Watch-Along von mir. Nichtsdestotrotz gibt es aber morgen natürlich einen Stadion-Vlog. Bevor ich mit dem Video beginne, nochmal der kurze Hinweis, abonniert gerne diesen Kanal. Um auch in Zukunft keine weiteren Ausgabe rund um die Hertha und die Bundesliga zu verpassen. Und sollte euch dieses Video heute gefallen, lasst gerne ein Like. Und ich würde sagen, starten wir sofort rein mit den heutigen Transfer-News. Und zwar geht es heute nochmal um Linton-Miner. Denn dort erhärten sich mittlerweile die Verdachte, dass er möglicherweise zu Hertha BSC wechseln könnte. Denn es kam ein neuer Bericht von der Berliner Zeitung am gestrigen Tage online. Und dieser hat bestätigt, dass Scouts von Hertha BSC ganz intensiv jetzt diesen Spieler beobachten. Es waren nämlich so, dass einzelne Scouts von Hertha am letzten Spieltag in die HDI-Arena, das heißt in die Arena des Hannover 96, gereicht sind, um dort diesen Spieler zu beobachten. Und grundsätzlich muss man sagen, dass das grundsätzlich schon mal ein Indiz dafür ist, dass Hertha BSC ein Interesse zeigt, Linton-Miner zu verpflichten. Wer Linton-Miner nicht kennt, es ist momentan ein Spieler von Hannover 96, der tatsächlich in Berlin geboren ist und tatsächlich mehrere Jahre beim SVM vor Berlin gespielt hat. Grundsätzlich muss man zu ihm sagen, er ist ein rechter Außenspieler, kann aber auch links außen spielen und ist damit ein offensiv variabler, einsetzbarer Spieler. Er spielt momentan bei Hannover 96, hat schon dort in der Bundesliga eine sehr gute Bundesligasaison für diese gespielt. Ist noch ein relativ gutes Talent, denn er ist erst 22 Jahre alt und er zeigt immer mal wieder so ein paar Ansätze, das was er eigentlich kann. In dieser Saison hat er in 30 möglichen Zweitligaspielen 23 absolviert, hat in diesen 4 Tore erzielt, aber man muss sagen, in den letzten Spielen hat er sich wieder deutlich verschlechtert von den Leistungen her. Man muss so sagen, in der Mitte der Saison wurde durch den Trainerwechsel von Jan Zimmermann auf Christian Drabowski immer mehr auf ihn gesetzt, Christian Drabowski hat mehr auf ihn gesetzt als zuletzt Jan Zimmermann, aber man merkt halt immer noch, dass er halt ein sehr junger Spieler ist. Er ist sehr inkonstant in seinen Leistungen, jetzt seit mehreren Spielen bringt er gar keine Leistung mehr und ist teilweise gar nicht mehr im Kader drin oder ist teilweise nur im Kader drin, aber sitzt nur auf der Bank und er ist sehr inkonstant und Grund dafür ist natürlich auch diese fehlende Mentalität bei ihm und das ist halt eben wieder einer dieser Spieler, die ähnlich wie, ich möchte jetzt niemanden beleidigen, aber Mission Maoi da, so ein Spieler, der nur teilweise jenen Schritt macht, der nicht alles für Hannover 96 gibt und da fragten sich natürlich auch, ist es zielführend, so einen Spieler zu Hertha BSC zu holen, wo nicht klar ist, wie er sich in der 1. Liga beweisen kann, wo die Mentalität scheinbar absolut in Hannover momentan infrage gestellt wird, denn auch der Trainer Christian Drabowski, der aktuelle Trainer von Hannover 96, kritisiert seine aktuelle Spielweise und sagt ganz eindeutig klar, dass er sich zu verbessern hat und dass er mit Ruhe und Besonnen in die nächste Entscheidung gehen muss. Es ist einfach logisch, dass momentan Linte Meiner in Hannover sehr viel Kritik bekommt und man muss dazu auch noch sagen, dieser Spieler wäre aber, entgegen aller Argumente, die ich bereits genannt habe, ablösefrei. Das heißt, sein Vertrag läuft am 30.06.2022 aus und damit wäre dieser Spieler ablösefrei und deshalb gibt es aber auch jede Menge Konkurrenz, zum Beispiel der FC Augsburg oder halt eben auch der 1. FSV Mainz 05 möchte ich diesen Spieler auch verpflichten und grundsätzlich kann man hier zusammenfassen, dass aufgrund der Hertha-Flügelspielerschwäche es möglicherweise ein guter Transfer wäre, einen potenziell starken Spieler zu verpflichten, der möglicherweise Bock auf Berlin hat. Man muss nämlich sagen, Linte Meiner kommt aus Berlin, er kennt die Stadt, er weiß, er kennt die Hertha-Spieler und von daher wäre das vielleicht für ihn ein Schritt in die richtige Richtung, ein Schritt in die eigene Heimat zurück, zu Familie, zu Freunden. Und naja, man muss halt eben sagen, der Grund für seine momentan inkonstante Karriere sind die ständigen Verletzungen. Und ja, deswegen muss man eben sagen, dass das als ein Wechsel zu Hertha BSC möglicherweise zielfühlt sein kann, aber natürlich auch ein bisschen risikobehaftet ist und von daher würde ich zusammenfassen, dass man kann es gerne wagen, aber es ist auf jeden Fall ein Experiment und ob Hertha BSC sich Experimente leisten kann, das werden wir erst in der nächsten Saison sehen, wenn wir noch in der 1. Liga bleiben. Dann kommen wir mal zum Spiel zu sprechen. Heute trifft Hertha BSC auf den VfB Stuttgart, das ist ein wahrhaftiger Abstiegskampfkracher, denn man muss halt eben sagen, Stuttgart steht momentan auf dem 16. Platz und Hertha auf dem 15. Platz. Und das heißt für beide Teams folgendes, verlieren ist verboten. Nach diesem Spieltag gibt es nur noch drei weitere Spieltage und neun mögliche Punkte, um den Abstieg zu vermeiden und man muss eben sagen, dass sowohl beim VfB Stuttgart als auch bei Hertha BSC die Hütte brennt. Hertha steckt ganz klar im Abstiegskampf, weil teilweise die Qualität fehlt, weil die Spieler nicht die Leistungen auf den Platz umbringen und weil dementsprechend auch Hertha BSC kaum die spielerische Funktion hat, nachhaltig Spiele zu gewinnen. Der VfB Stuttgart steht hingegen sehr unten, weil es einfach ein Zusammenkommt verschiedener negative Ereignisse ist. Die katastrophale Chancenbewertung beim VfB Stuttgart, die fehlende Defensive, die ständigen individuellen Fehler, das sind Gründe, warum Stuttgart da unten steht. Und man muss sagen, wenn man die Spiele beider Vereine betrachtet, jetzt sieht man ganz eindeutig, dass Stuttgart durchaus spielerisches Verständnis hat und individuelle Qualität, aber dass halt eben dort der Verein ganz klar unten drin steht, weil sie eben unten drin stehen, weil sie dort nicht mehr rauskommen. Würde Stuttgart, würde es dort einigermaßen besser laufen, würde das Team aus einer gewissen Formkrise herauskommen, dann würden wir hier nicht über den Abstiegskampfkracher reden, sondern dann würde Stuttgart höchstwahrscheinlich im Mittelfeld das Leben genießen. Jetzt ist es momentan nicht so, Felix Maggert hat es oft auf der Pressekonferenz gesagt, der VfB ist sehr spielstark, hat schnelle Offensivleute, hat natürlich auch individuelle Qualität in der Offensive, aber man hat in Augsburg festgestellt, dass der Kampf Hertha BSC erfolgreich gemacht hat. Und nachdem es zuvor spielerisch nicht geklappt hat, muss man sagen, ist das ein Mittel, wie man den VfB Stuttgart bezwingen kann. Durch Kampf, Leidenschaft, Einsatz und Mentalität. Das Team muss ganz klar zusammenspielen. Und man braucht heute, wenn man gegen Stuttgart gewinnen will, Glück. Man braucht Glück, das ist nicht zu leugnen. Gegen Stuttgart wirst du nicht viele Chancen haben, wenn der Stuttgart wieder mit einer Fünferkette hinten drin spielt und wieder da vorne mit Davy Selke. Ja, dann wird es schwierig sein, dort ständig Chancen zu erarbeiten, sondern wir müssen die wenigen Chancen, die wir bekommen, auch nutzen. Und man muss natürlich versuchen, den VfB so weit wie möglich vom eigenen Tor fernzuhalten. Das heißt, die Abwehrreihe muss kompakt stehen, möglicherweise auch mit dem Mittelfeld, welches heute mal ein bisschen zurückgezogener agiert. Vielleicht sind das Wechseloptionen bzw. taktische Optionen, die dieses Spiel für Hertha BSC grundlegend erleichtern. Man muss aber sagen, dass der Erfolg in Augsburg das Team Selbstvertrauen und Sicherheit gegeben hat. Und das ist ganz wichtig für unser Team. Das Team hat unter Typhon Korkut, ja, muss ich sagen, fast sieben Spiele, wenn nicht sogar noch mehr hintereinander verloren. Und das Selbstvertrauen war gekränkt. Die Spieler waren gekränkt, weil sie auf komplett bescheuerten Positionen eingesetzt worden sind. Und weil Typhon Korkut mit seiner Taktik wirklich das Team vom Mittelfeld in den Abschiedskampf geführt hat und dass man jetzt hier eine Wende einleiten muss. Das ist ganz klar. Ein Ziel sollen die Standards sein. Mark Föhringham kümmert sich um die Standards und das ist, finde ich, eine sehr wichtige Angelegenheit, um heute hier zu punkten. Ein ganz wichtiger Fakt für das Spiel ist, dass Hertha BSC bisher in dieser Saison in jedem einzelnen Heimspiel, sowohl im DFB-Pokal als auch in der Bundesliga, getroffen hat. Und das ist ein, denke ich mal, hoffentlich gutes Oum, dass Hertha BSC eine mögliche Führung hoffentlich verteidigt. An dieser Stelle möchte ich dieses Video für heute beenden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns hoffentlich nachher im Stadion. Das heißt, heute gibt es leider kein Live-Watch-Along. Nichtsdestotrotz kommt morgen ein Stadion-Vlog. Bis dahin, genießt diesen Abend. Wir sehen uns und ja, guckt das Spiel. Tschüss.